Ja, hallo. In diesem Video geht es um den Beweis des zweiten und dritten trigonometrischen Pythagoras. Und zwar benutzen wir für den Beweis den ersten trigonometrischen Pythagoras. Ja, den ersten trigonometrischen Pythagoras habe ich hier noch mal hingeschrieben und den haben wir am Einheitskreis bewiesen. Den zweiten und dritten trigonometrischen Pythagoras könnte ich jetzt auch am Einheitskreis beweisen. Habe ich auch in anderen Videos gemacht. Aber einfacher ist es, nur den ersten trigonometrischen Pythagoras am Einheitskreis zu beweisen und den zweiten und dritten, den kann man dann durch einen kleinen Trick beweisen und den zeige ich euch jetzt. Ja, der Trick besteht darin, dass ich beide Seiten der Gleichung durch Cosinus X zum Quadrat dividiere. Also ich schreibe es mal auf, beide Seiten der Gleichung durch Cosinus X zum Quadrat dividieren. So, und da erhalte ich dann Sinus X zum Quadrat durch Cosinus X zum Quadrat. Cosinus X zum Quadrat durch Cosinus X zum Quadrat ergibt 1 und 1 durch Cosinus X zum Quadrat ergibt, ja da kann ich nichts vereinfachen, das ergibt einfach Cosinus X Quadrat. Ja, als nächstes wende ich auf den ersten Summanden ein Potenzgesetz an und das lautet A hoch N durch B hoch N ist das gleiche wie A durch B hoch N. Ja, also dieses Gesetz wende ich hier auf den ersten Summanden an und da erhalte ich Sinus X durch Cosinus X zum Quadrat. Gut, den Rest brauche ich nur abschreiben. Gut, als nächstes wenden wir eine Definition an und zwar die Definition des Tangents. Ja, wie war nochmal der Tangents definiert? Der war definiert als Sinus X durch Cosinus X. Der Tangents von X ist Sinus X durch Cosinus X. Und das wende ich, dieses Gesetz oder diese Definition wende ich jetzt an und zwar auf diesen Summanden hier, auf diesen Bruch besser gesagt, aber rückwärts von hier nach hier. Ich habe ja hier Sinus X durch Cosinus X, das habe ich hier und da mache ich dann Tangents draus und weil dann noch mit 2 potenziert wird, erhalte ich dann Tangents X zum Quadrat. Tangents X zum Quadrat. So und den Rest schreibe ich wieder nur ab. Und da erhalten wir den sogenannten zweiten trigonometrischen Pythagoras. Ich kann hier mal einrahmen. Das war hier der erste. So und das ist jetzt hier der zweite. Zweite trigonometrische Pythagoras. Okay. Als nächstes beweisen wir noch den dritten trigonometrischen Pythagoras. Der Beweis verläuft so ähnlich und zwar dividieren wir nicht durch Cosinus X zum Quadrat, sondern durch Sinus X zum Quadrat. Wir dividieren die Gleichung durch Sinus X zum Quadrat. Und da erhalten wir also Sinus X zum Quadrat durch Sinus X zum Quadrat. Das ergibt schon mal eine 1. Ich mache mal hier so einen Trennstrich. Also habe ich hier eine 1. Dann plus Cosinus X Quadrat durch Sinus X zum Quadrat. Ja, was das ergibt, seht ihr gleich. Und dann kommt ein Gleichheitszeichen und da steht da 1 durch Sinus X zum Quadrat. 1 durch Sinus X zum Quadrat. So. Gut, jetzt wenden wir hier wieder dieses Potenzgesetz an. Ich schreibe es nochmal dahinter. Also A hoch N durch B hoch N ist gleich A durch B hoch N. Okay, wenn ich dieses Gesetz hier auf diesen Term anwende, auf diesen Term hier, dann erhalte ich 1 plus Cosinus X durch Sinus X und das Ganze zum Quadrat. Und den Rest schreibe ich wieder nur ab. So, jetzt müssen wir die Definition des Kotangents anwenden. Hier hatten wir die Definition des Tangents angewendet. Jetzt wenden wir die Definition des Kotangents an. Und der Kotangents ist definiert als Cosinus X durch Sinus X. Gut, diese Definition wenden wir hier auf diesem Bruch an. Dann erhalten wir das Ergebnis, nämlich 1 plus Kotangents X und das Ganze zum Quadrat. Und die rechte Seite wird wieder nur übernommen. So, das ist also der dritte trigonometrische Pythagoras. Ich schreibe es mal nochmal da drunter. Dritter trigonometrischer Pythagoras. Ja, gut, fassen wir nochmal zusammen, was wir in diesem Video gemacht haben. Also, den ersten trigonometrischen Pythagoras, den haben wir in einem anderen Video bewiesen und zwar am Einheitskreis. Das macht man normalerweise am Einheitskreis. Ja, und aus diesem ersten trigonometrischen Pythagoras kann man ganz leicht den zweiten und den dritten trigonometrischen Pythagoras herleiten, indem ich nämlich einmal durch Cosinus X zum Quadrat dividiere. Das habe ich hier gemacht, beziehungsweise hier habe ich durch Sinus X zum Quadrat dividiert. Dann erhalte ich den dritten trigonometrischen Pythagoras. Ja, damit sind wir schon am Ende. Auf Wiedersehen.